Sie sind hier, 17. September 2018, 15.41 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Hertha-Spieler Jordan Toruneraja hat sich gegen Wolfsburg verletzt, Urheberrecht gett, die Images Jordan Toruneraja wird der Hertha für mehrere Wochen fehlen. Der U21-Nationalspieler verletzt sich gegen Wolfsburg am Fuß. Hertha BSC muss bis auf weiteres auf U21-Nationalspieler Jordan Toruneraja verzichten. Wie der Verein mitteilte, zog sich der Innenverteidiger im Ligaspiel am vergangenen Samstag beim VfL Wolfsburg 2 zu 2 eine Achillessehnenverletzung zu. Einige Wochen werde Toruneraja den Fuß laut Klubangaben ruhig stellen müssen, das ist natürlich sehr schade für Jordan, denn er war richtig gut drauf. Ich wünsche ihm, dass er bald wieder auf dem Platz ist. Wir werden das wie auch die anderen Ausfälle bisher als Mannschaft auffangen, sagte Trainer Paldadai. Azeige, jetzt das neue Trikot des VfL Wolfsburg und von Hertha BSC kaufen. Hier geht es zum Shop der 21-jährige Toruneraja war bereits mit Problemen an der Achillessehne in das Wolfsburg-Spiel gegangen. In der 74. Minute hatte er aufgrund der Blessur ausgewechselt werden müssen. In der 74. Minute hatte er aufgrund der Fall von Hertha BSC und von Hertha BSC und von Hertha BSC.